Dann holst du mich jetzt unten einfach auf der freien Fläche ab. Warte. Du wendest. Warte. Du fliegst noch. Du fliegst noch ein bisschen. Jo, ich flieg, ich tu deine Wenden über den Wald. Und jetzt. Ja. Wenden. Bin schon dabei. Äh. Haha, Menschen. Äh. Achter, alles klar. Oh. Ich komme. Ui. Ui. Ach so. Ich komme. Geht doch, hat doch gut geklappt, Mensch. Das war doch super. Warum machst du das jetzt? Weil du zurückfliegst. Ähm. Miau. Achtung. Kann man irgendwie schießen hier? Jetzt warte mal. Hallo. Genau, warte jetzt. Brems mal und land mal neben meinem Flugzeug links. Äh. Ja, einfach nur noch links lenken. Alter, legst du gerade. Landen. Das dauert lange, die Karre. So. So. Hoppala, darf man stehen? So. Ich steck da mal aus. Hallo. Moment doch. Uh. Hä? Pass auf. Du nimmst jetzt dieses Flugzeug hier. Ja. Dieses, wo ich davor stehe. Ja. Hallo. Ja. Hier. Äh. Ich komme nicht mehr rein. Drücke sie E. Ich drücke E. Hallo. Jetzt kann ich mal einsteigen. Sagt Nö. Doch jetzt geht's. Ha. Und jetzt soll ich losfliegen. Das ist schon ein kleines Arsch, die Karre. Du versuchst jetzt mit deinem Hängegleiter gleich bei mir einzusteigen, okay? Du fliegst jetzt einfach mal gerade aus. Okay, ich flieg erst mal gerade aus. Das wird schwierig. Jetzt bin ich gespannt. Kunststückchen. Äh. Bruder. Nö. 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 Du fliegst jetzt einfach gerade aus. Ja. Du fliegst ein bisschen nach oben. Oben, du musst höher gewinnen. Genau. Nicht senkrecht. Nur nur ein bisschen, genau. So. Nach oben, du fliegst nach unten. Äh. Bin ich gleich kaputt? Jetzt bin ich tot. Quack, 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 quack. Das war jetzt nicht so geplant. Aber jetzt habe ich auch einen Hängegleiter. Genau. Jetzt kommst du einfach bei mir rein. Oder versuchst es zumindest. Ne. Zu früh. Bin circa hinter dir. Über mir bist du jetzt. Hm. Ja, tatsache ich bin echt noch über den. Ja. Jetzt bin ich gleich hier unten. Und ich bin unten auf dem Baum. So, Baum kaputt. Was ich? Ja, so kannst du nämlich auch einfach senkrecht. Also, also. Ja. Huiii. Jetzt. Komm her. Huiii. Bin schon dabei. Damit kannst du die ganzen Bäume fällen, Alter. Das geht übelst schnell. Kein theoretisch, ja. Ja, ich habe eine Idee. Wir lassen mal ein paar Bäume fällen hier. Nein. Wir fighten jetzt. Okay, wir fighten. Ich bin bereit. Abknallt. Aber. Aber, warte. Das Flugzeug wird noch ein bisschen angehittet, weil ich sonst Ewigkeiten brauche. Bis zu unserer Basis? Also bis zum... Darf ich mit den Raketen mehrfalls reinballern? Nein. Okay. Du schießt mit dem Flugzeug. Du tötest mich jetzt mit dem Flugzeug. Okay. Mit dem Bordkanon. Ja, dann mache ich das. Dann steig mal aus. Ich muss erst mal hier einsteigen. Wieso schießt du den Schild auf meiner Karre? Ja, weil ich ein bisschen Dingens brauche, weil sonst hast du ja mega den Vorteil. Ach, das ist doch egal. Die Kanone ist heiß geworden. Ja, kann einfach sein. Komm, auf geht's, komm. Ja, ich bin schon unterwegs. Machen wir die Bäume weg hier. Ja, komm, 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 komm. Wow. Drehen, drehen, drehen. Drehen. Wow. Hm. Boah. Weggerummt. Das ist echt schwierig. Ey, runter von meiner Karre. Ey, wer hat gesagt, dass du aussteigen darfst. Na, du, geschießt mich ja. Ja, und? Aber ja, ich fliege, wir in Irrer. Soll ich dir jetzt mal zeigen, wie das geht? Hallo. Ach so. Aua. Ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Okay. Dann mache ich Abwehr und du machst... Das Flugzeug hat zwar nicht mehr sehr viel HP, aber ich glaube, ich hol mir kurz ein neues. Warte mal. Gibt's dir noch ein neues? Ja, ich bin gerade am Suche. Moment. Warte, ich mach's schon mal kaputt. Das ist eins. Nicht kaputt mache, ich muss ja irgendwo noch hinkommen. Ach so, dann lauf gefälligst. Nimm ab. Da ist eins. Warte. Bin gleich wieder zurück. Tu was für dein Körper. Das sieht so scheiße aus. Eine Frau muss immer sportlich optimal fit sein. Meine Meinung nach. Ja, das ist eh nicht weit weg. Das ist eh in der Nähe. Hm. Ja, das ist da oben gleich. So. Ich mache wieder Scheiße erst mal. Und dann versuchst du mich jetzt einfach mal zu töten. Ja. Okay, mache ich. Ja, genau. Genau, passt. Genau. Komisches Treffe. Ich weiß nicht, ob ich es getroffen habe. Habe ich es getroffen? Höher vielleicht. Ganz sicher nicht höher, weil das über ein paar 400 Meter weg ist. Also du wirst mich so oder so nicht treffen. Scheiße. Daher du die Erfahrung noch gar nicht hast. Du schießt erst los, wenn ich das sage, ne? Okay. Mach ich. Nichts. Gar nichts. Schade. Da läuft es noch. Da läuft es noch. Da ist ja nichts. Okay. Ich bin gleich wieder bei dir. Nach. Mensch. Ich würde sagen, du kannst los schießen. Okay. Wo, wo, wo muss ich ihn schießen? Ach da. Halt. Wiedersehen. Ciao mit V. Da kommt bestimmt jetzt von der anderen Seite. Boah, Alter. Was ist denn das denn? Daneben. Alter, ich habe dich aber mitgenommen, oder? Nö. Ich habe nicht ein Leben verloren. Aber nicht mit P90 und so, ne? Nein, ich beschiss dich kalt mit. Ne, das trifft irgendwie nicht, dieses Ding. Das ist zu langsam irgendwie. Mensch. Jetzt habe ich getroffen. Du triffst gar nicht mit dem Ding. Jetzt hast du kurz getroffen. Was machst du denn jetzt? Oh. Ja, hallo. Ha. Dann machen wir es halt so. Hallo, du schießt. Aua. Jetzt habe ich... P90, Mann. Das war nicht P90. Das ist eine... Scar, glaube ich. Ne goldene. Du jetzt mal mit dem Flug. Okay. Da bin ich ja gleich... Wo ist das Flugzeug schon kaputt? Ja, ne. Das stützt hier gerade ab. Uuuuh. Bin ich mal dran. Da bin ich gerade. Ha. Das springt sogar. Ui. Kann mich da rein? Kann man es reparieren? Geht das? Ha. Ha. Lol. Mann, habe ich mich ja auch stark, Alter. Ich kann eine ganze Maschine umdrehen mit EMA. Ich komme vom Baum nicht weg. Hä? Ja, ich komme vom Baum nicht weg. Was soll ich da machen, Alter? Voll ungerecht. Ja, du musst warten, bis der Boost aufgeladen ist, oder? Du schießt den Baum um. Nein, das ging nicht. Das hat die Kanone nicht getroffen. Ja, das ist nur die Tür. Hm, no, no, no. Wo ist das Flugzeug? Da unten. Da muss ich den Baumaster wegkloppen. Warte mal. Das haben wir gleich. Die großen Waffen werden ausgepackt. Das geht ruckzuck. Hä? Raketenwärmer bereit. Und... Oh, er feilt. Was für Raketenwärmer, Alter? Jetzt machst du das Flugzeug kaputt. Oho. Ha. Ha. Dann müssen wir ein neues. Das ist jetzt echt kaputt gemacht. Das ist jetzt weg, jo. Hey, du bist echt so ein Idiot, ey. Tschuldige. Ha, 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 ha. Hä, Digga, das muss man doch wissen. Das weiß ich doch nicht. Ich dachte, es hat noch ein bisschen Leben gehabt. Du hast da auch da geschossen. Eben nicht, weil du doch schon so viel auf mich geballert hast. Ach so, da war ja was. Nein, das ist so schlau, Alter. Ach, Mann. Da haben wir ein neues Flugzeug. Reg dich wieder ab, Mann. Es gibt auch genügend andere Flugzeuge, die man nehmen können. Ich kaufe, äh... Ja, dann werde ich ein... Du aber in eine Minute, äh, in 30 Sekunden nicht mehr reißen kannst. Du, das ist natürlich jetzt schlecht, oder? Da hast du recht. Na gut, dann machen wir das so. Das übliche. Komm mal her. Hä? Mann, das dauert mir alles.